Ja, heute Wasser oder Woi? Allerdings kein Wasser. Fürs Wasser ist es zu kalt. Und Woi? Na gut, einen Klöbern gibt es noch nicht. Zu Gast ist heute der Herr Zinnäcker, der die Speyerer Schlittschuhbahn betreibt. Ja, Herr Zinnäcker, das wievielte Mal ist es, dass Sie in Speyer sind jetzt? Also wir sind heuer das zweite Mal hier, letztes Jahr Premierejahr. Und jetzt geht es wieder los. Ja, heuer, das hört sich so bayerisch an, ne? Ja, ich komme eigentlich aus Bayern, ich bin aus Passau. Ich spreche sehr hochdeutsch, ich komme bayerisch anreden, das ist so nett, aber dann meint er das extra, deswegen eher hochdeutsch, dann versteht mich jeder. Ja, Sie betreiben die Schlittschuhbahn, ich muss genau auf meinen Zettel gucken, Schlittschuhbahn, keine Eisbahn. Was sind denn die Geheimnisse dieser Schlittschuhbahn? Richtig, also da ist der Kniff genau dran, also wir haben extra Schlittschuhbahn, weil wir ja kein Echteis haben. Wir haben bewusst auf eine sogenannte Kunststoffeisbahn zurückgegriffen, weil wir sagen, wir wollen nicht so viel Strom verbrauchen, wir wollen, weil alles ist grün. Ich sage, der Klimawandel ist da, in Amerika zwar nicht, in Deutschland ist er. Also momentan ist es zwar kühl, aber nicht eiskalt. Ganz genau, also ich sage mal, gerade in dieser Größenordnung oder in dieser lange Zeit, wo wir hier in Speyer sind, wir sind sechs Wochen, Weihnachtsmarkt ist hier, also die Eisbahn, die Schlittschuhbahn ist sechs Wochen aufgebaut. Würden wir circa, ich sage jetzt mal, eine Zahl zwischen 80.000 und 100.000 Euro Strom verbrauchen, was wir hier, also was wir da durchdonnern. Ich sage mal, das sind irgendwo 50.000 bis 80.000 kW, was hier, wenn wir echtes Eis nehmen würden, verbrauchen würden. Und das machen wir nicht der Umwelt zuliebe, deswegen sind wir auf Synthetikeis. Es gab in der Adventszeit ab und zu mal kalte Tage, wo es richtig eisig war, aber es gab auch warme Perioden, wo wir fast 20 Grad hatten. Ganz genau, und das ist ja gerade das. Die Eisbahnen, wir haben die eigentlich gesehen in Dubai, wir waren in Dubai Urlaub bei 40 Grad und die Leute sind Schlittschuh gefahren. Und da haben wir uns eigentlich unsere Gedanken darüber gemacht und haben das da gesehen und denken, ach, das wäre doch was auch gerade für uns hier in Speyer. Ja, in Bayern gibt es Eisrodelbahnen, Sommerrodelbahnen, da kann man aber mit einem normalen Rodler nicht rodeln. Richtig, ganz genau. Aber auf der Schlittschuhbahn, da kann man auch mit ganz normalen Schlittschuhen fahren. Ganz genau, also Sie können ganz normal, wenn einer Schlittschuhe hat, ist natürlich sehr gerne eingeladen, bei uns Schlittschuhe zu fahren. Lediglich, es wird ein Hohlschliff an diesen mitgebrachten Schlittschuhen gemacht. Ich sage mal, ein Laie oder ein Amateur merkt es nicht, ein Profi ja, gerade der, wo halt richtig Speed fährt, also da, wo es wirklich um Zeit geht. Aber ein normaler Amateur oder ein Laie merkt es nicht. Wir machen das kostenlos, wir haben die Schleifmaschine da, es wird einmal nur dieser Hohlschliff gemacht, also Sie merken nichts, wenn Sie dann trotzdem weiterhin auf Eis fahren. Auf der anderen Seite kann man natürlich bei Ihnen auch Schlittschuhe ausleihen. Richtig, absolut. Die schon fertig geschliffen sind. Ganz genau, wir haben 300 Paar Schlittschuhe, also von ganz klein bis ganz groß, also auch Übergrößen oder ganz kleine und jeder kann fahren. Ja, also wer noch nicht auf dem Eis war, kann seine kleine Kuh aufs Eis stellen. Ganz genau so ist es. Oder auf die Kunststoffbahn. Ganz genau. Was für ein Kunststoff ist das denn, wenn ich fragen darf? Also es ist Synthetikeis, man kann es vergleichen mit einer Art Teflonplatte, die extra beschichtet wurde und so und so oft Lagen draufgekommen ist, dass es wirklich diese Gleiteigenschaften hat wie fast Eis. Ja, ich habe beim Aufbauen gesehen, da ist jemand mit einem Polierer sozusagen drüber gefahren. Ganz genau, der ist jetzt noch fleißig dran, also dass sie wirklich richtig schön wieder poliert ist. Die war jetzt das ganze Jahr eingelagert, wir stellen die wirklich nur in Speyer auf und dass halt alles wieder richtig funktioniert, dass die Speyerer wieder schön Spaß haben können. Ja, Sie sind Schausteller und haben gesagt, dass Sie in ganz Deutschland rumkommen. Wo waren Sie denn schon überall gewesen? Also ich war wirklich schon von A bis Z, also wir fahren wirklich von Garmisch-Partenkirchen bis hoch nach Flensburg, von auch international, wir sind in der Schweiz dieses Jahr gewesen. Wir sind in Österreich, also wir sind in ganz Europa mit unserem Schaustellergeschäft unterwegs. Wir waren auch schon das ein oder andere Mal in Speyer mit unserem Zirkus. Fredis Zirkus ist jetzt unser Laufgeschäft und ja, also wirklich von A bis Z. Jetzt haben Sie aber in Speyer Ihren Anger geworfen von Passau aus. Was sind denn so die Gründe gewesen? Also Hauptgrund natürlich, wir sind zwei Monate hier, gerade Aufbauphase, Abbauphase und die Spielzeit vom Weihnachtsmarkt, also zwei Monate sind wir hier. Ich bin eigentlich länger in Speyer als wie bei mir eigentlich in meinem wirklichen Zuhause. Und deswegen haben wir uns gesagt, wir kaufen uns hier eine Eigentumswohnung, wir öffnen hier eine Betriebsstätte, somit, dass auch nicht die Speyerer sagen können, der Bayer kommt nur her, verdient hier seine Kohle. Also auch die Gewerbesteuer bleibt in Speyer. Achso, ja, das ist ein interessanter Aspekt für die Speyer-Stadt. Ganz genau, auf alle Fälle. Und das war eigentlich der Hintergrund. Wie sieht es denn aus? Wie gefällt es Ihnen in dieser Stadt, in dieser kleinen Stadt, muss man sagen? Ja, also mir gefällt es hier sehr gut. Ich fühle mich sehr wohl, meine Kinder auch. Wir gehen in die hiesigen Schulen, meine Kinder. Ich habe zwei kleine Kinder. Meine Laura ist neun, mein Alwin ist dreizehn. Fühlen sich alle sehr wohl hier und nein, wir fühlen uns auch mit offenen Armen sind wir willkommen. Willkommen, wie sagt man das so? Willkommen, wir hießen ja. Und ja. Ja, und der Alwin muss also auch mithilfen. Sie sind ein richtiger Familienbetrieb, ne? Ja, also ich bin die 16. Generation Schausteller, meine Kinder die 17. Generation. Wir sind immer in Familienbetrieb und anders würde es auch nicht funktionieren. Also Sie sehen es, mein Sohn ist tatkräftig, meine Tochter tatkräftig mit dabei und sind auch immer hier auch während dem Betrieb. Also immer wieder sind sie dabei und wollen halt mithelfen und machen und tun, was auch wichtig ist. Ja, ich habe schon gesehen, hier für die Imbissstube, da ist schon alles gerichtet, die Gläser stehen schon parat, ne? Kann sozusagen losgehen. Einen Glühwein kriege ich noch nicht, der ist noch in den... Am Montag erst, genau. Ja, wir werden dann wohl auch am Montag da sein, die Eröffnung, Film des Weihnachtsmarktes dann im Ganzen gesehen, ne? Jetzt, was ist denn noch zu machen bis zum Montag? Heute haben wir Donnerstag, ne? Ja, es sind noch ein paar Kleinigkeiten noch zu tun, da müssen noch die Zapfgeräte angestellt werden, die Ware kommt und, und, und. Und also wir haben noch ein paar kleine, man meint, es ist zwar fertig, aber es sind noch ein paar Dekorationsteile und, und, und. Als ich gefragt habe für das Interview, dann hieß es, ja, der Herr Zinnäcker ist unterwegs, ne? Ganz genau, ganz genau. Er ist im Stress, ne? Richtig, also ich weiß es nicht bis jetzt, ich weiß es jetzt schon, bis zum Montag ist, dann haben wir alles, aber es dauert bis zum Montag, bis alles fertig ist. Ja, okay, dann möchte ich Sie nicht weiter bei der Arbeit aufhalten und mich für das Interview bedanken. Ich sage danke. Fast fertig ist der Aufbau der Stiltschubbahn am Altpöttl. Diese Aufnahmen stammen von Bernd Tagbure aus dem letzten Jahr. Glattes Eis, ein Paradies für den, der gut zu tanzen weiß, so reimte einst der Philosoph Friedrich Nietzsche. Und ein solches kleines Paradies, liebe Besucherinnen und Besucher, steht ab heute mit der Schlittschubbahn am Altpöttl allen hiesigen Schlittschuhfans zur Verfügung. Ein paar Runden zu drehen und das Eislauf steht hoch im Kurs. Der Winter ist bei uns schon lange nicht mehr so kalt, dass Schnee, Flüsse und Kanäle zuverlässig zufrieren und eine tragfähige Eisdecke bilden. Das war damals noch so, gerade im 18. Jahrhundert, als das Schlittschuhlaufen en vogue kam. Und ich freue mich jetzt auch noch mit dem Pfarrer Simon, der nun die Bahn auch einweiht. Und so wollen wir Gott um seinen Segen bitten für diesen Weihnachtsmarkt, für die Eisbahn und für ihre Familie und Mitarbeiter und für alle Besucher, die hier Freude finden. Lasst uns beten. Herr, unser Gott, du schenkst uns Freude und bist der Grund unserer Freude. Wir bitten dich um deinen Segen für diese Geschäfte, für ihre Betreiber und alle Mitarbeiter und Besucher. Unterstütze die Betreiber in ihrem Bemühen, den Menschen Freude zu bereiten. Halte deine schützende Hand über die Familien, über die Geschäfte und die Besucher, damit sie diese Geschäfte annehmen und unbeschadet die Freude genießen können, die du ihnen ins Herz legst. Bewahre alle, die hier arbeiten und alle Gäste vor Unfällen und Schaden. Deine Freude ist Quelle der Kraft für unser Leben. Darum bitten wir dich durch Christus, unseren Herrn. Amen. Also wir werden nun unsere Schlittschuhbahn traditionell eröffnen mit einem Scheren. Wir werden nun unsere Schlittschuhbahn traditionell eröffnen mit einem Scheren. Wir werden nun unsere Schlittschuhbahn traditionell eröffnen mit einem Scheren. Wir werden nun unsere Schlittschuhbahn traditionell eröffnen mit einem Scheren. Komm bitte hoch, halt fest. So muss er sein. Jetzt geht's los, jawohl. Alles fertig, seit 2018. Dankeschön. Und wir drehen jetzt nur um. Juhu will. Juhu will. Ja. Oh Mann! Oh, that's cheating! Whoa! Prost! W todo było. W lots沒有. Charlie! Allah! Gib me. Dimm es. Wow! Untertitelung des ZDF, 2020